Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Entschrouded. In der letzten Folge hatten wir das Glück, dieses meisterliche Schwert zu finden. Und das würde ich ganz gerne mal pimpen. Wir nehmen uns mal hier die Münzen raus. Dann haben wir hier noch Zauberstäbe. Selten. Den werden wir zerlegen. Genauso die Keule zerlege ich. Meine epische Axt hebe ich mal auf, weil ich noch nicht genau sicher bin, ob das das ist, was wir vielleicht doch verwenden wollen. So, wir haben 121 Münzen. Damit müssen wir unser Schwert auf jeden Fall auf die nächste Stufe bringen und einen größeren Rucksack wollen wir machen. Hoi. Hi Oswald. Oh, die heulende Klinge. Du schwingst die heulende Klinge? Ich habe sie für sie geschmiedet, bevor sie mich verließ. Gut, darf sie an ihrer Stelle schwingen. Durchbohrte das Herz des Miasmas Flammenblut. Das hätte meine Tochter so gewollt. Da, das habe ich letzte Folge noch angesprochen. Geil. Wir haben praktisch die Klinge, die er für seine Tochter geschmiedet hat und die werden wir jetzt entsprechend aufrüsten. Na, wenn das mal nicht reinzwirbelt, das Ding jetzt. 22 Schaden. Da können wir schon was mit anfangen. Schön. Ich werde sie in Ehren halten, die Klinge. So. Dann wollte ich einen Rucksack herstellen. Da hieß es mit getrocknetem Leder. Was ist hier mit den... Die haben wir... Ah, die geht nur auf 20. Dann lassen wir das so. Hier haben wir noch 16 getrocknetes Leder. Ah, da fehlt Salz. Okay, warte mal. Dann machen wir doch hier rein noch eine Ladung Salz. Ah, das habe ich beim Essen. So, dann nehmen wir uns hier noch einen 50er Steck Salz mit. So, da kann noch ein bisschen Leder trocknen. So, die kann mir jetzt einen Rucksack herstellen. Kleiner Rucksack, ganz oben. Drei Stofffetzen, fünf Garn. Und drei Stofffetzen. So, dann können wir direkt die Upgrade-Münzen wegpacken. Die brauchen wir nicht mitnehmen. Jo. Cool. Wie rüstet man das jetzt aus? Ausrüsten. Da. Rucksack-Erweiterung, acht Plätze. Das bedeutet... Jawohl. Nice. Da sind den Plündertouren nichts mehr im Weg gestellt. Cool. So. Jo. So lassen wir das. Cool. Schön. Das freut mich. So, alles ist repariert. Das haben wir. Wir gucken bei den Quests weiter, würde ich sagen. Moment, da war noch irgendwas. Habe ich gerade gesehen. Werkstätten. Ah, hier hat man eine Übersicht, was die Einzelnen herstellen. Ah, okay. Verstehe. Cool. Ja. Zeigt die einzelnen Sachen an. Ja, wir müssen, glaube ich mal, ich denke mal, nächste Folge fangen wir an, hier umzubauen. Dass wir hier das Gebiet noch erweitern. Da werde ich mal zwischen den Folgen so ein bisschen Stein farmen. Dass wir hier das Gebiet noch erweitern. Dass wir wissen, in welche Richtung wir bauen können und wie weit wir bauen können. Und dann bauen wir uns hier an die Kante so eine schöne neue Basis hin. Und dann kriegen die Handwerker und Handwerkerinnen hier entsprechend einen Bereich, wo sie arbeiten können. Ich würde sagen, dann machen wir so einen offenen Crafting-Bereich oder sowas. Dann reißen wir hier die Hütte wieder ab. Ne? Holen wir die Materialien hier raus. Und bauen wir uns hier vorne was hin an die Kante. Mit schöner Aussicht. So. Es gibt eine Quest. Achso, da müssen wir mal ins Tagebuch gucken. Der ewige Zauber. Das ist das unterirdische Grab. Da können wir noch hin. Den Miasma-Obelisken können wir entdecken. Und den Schreiner können wir uns holen. Ja. Dann machen wir erstmal den Schreiner. Dann haben wir nämlich alle NPCs geholt, die es hier so gibt. Nämlich der letzte fehlende. 791 Meter in die Richtung. Und da geht es hin. Ich weiß nicht, ob wir da schon hin können. Was ich auch mal gucken wollte, ist, was wir brauchen, um die Flamme auf die nächste Stufe zu bringen. Ob wir das vielleicht schon zusammen haben. Wachs ist kein Problem. Salz ist auch kein Problem. 5 Funken. Könnte man auch besorgen. Plünderer Mutterkopf. Plünderer Mutterkopf. Ist das der Kopf von dem, den wir da gekillt hatten? Nee, gell. Das ist der nicht. Der sah ja auch anders aus, oder? Dem Boss. Und die Bäuerin kriegt natürlich schöne Felder, ne? Zum Anbauen von Dingen. Wo habe ich den denn hin? Hier. Nee. Donnerwüstenkopf steht ja sogar dran. Na gut. Dann. Gucken wir mal, ob wir den letzten NPC befreien können, würde ich sagen. Dann ziehen wir uns ein Frühstück rein. Ein bisschen hiervon. Ein bisschen Ausdauer. Ich habe noch vier rohe Hähnchenschenkel dabei. Das ist natürlich irgendwie sinnlos. Aber egal. Oh, da ist noch Honig. Nehmen wir mit. Okay, ich fäll mal kurz den Baum. Ach, die Bienen wieder. Ich lass sie mal. Ich lass die Bienen mal Bienen sein. So, ich hoffe, ich kann überhaupt lang. ins Miasma. Oh, sieht aber ganz gut aus. Oh, was ist denn hier? Was ist denn das? Hä? Was ist denn das hier? Sieht aus wie so ein Tempel, wo wir rausgekommen sind. Da geht es aber nicht auf. Aha. Ist ja spannend. Was ist denn das für ein Ding? Interessant. So, den Schreiner. Hier gibt es uns bestimmt noch neue Möbel und so weiter. Oh Gott. Ist das Miasma, wo wir rein dürfen? Das teste ich mal ganz kurz hier am Rand. Jo, da können wir rein. Oh, da können wir rein. Okay, 500 Meter in die Richtung. Ich check nochmal ganz kurz. Vielleicht können wir auch so ein bisschen Außenweg gehen. Oh, ein Wolf. Oh, ich hab die heulende Klinge. Das passt sehr gut. Ich laufe mal in die Richtung, weil da unten hab ich noch irgendwelche Gebäude gesehen. Oh, da glüht's aber. Moment mal. Das ist aber nicht das Miasma, wo... Oh, ich hab die Befürchtung, dass das die nächste Stufe ist, wo wir nicht rein können, oder? Testen wir. Da vorne ist Nebel. Ich probier's mal da. Ich hab Angst, dass das Miasma ist, wo es uns zerreißt. Das wär natürlich blöd, dann... Aber dann frag ich mich, wo wir den Mutterkopf herkriegen. Wobei, hier geht's noch, ne? Nee, können wir rein. Was ist hier? Der Boden ist Lava. So, wo ist jetzt mein Kram? Liegt der da jetzt? Na, ich hab die Hälfte verloren. Nein, kommen wir an unseren Kram wieder ran? Oh, bitte. Lass den Kram da vorge... Liegen... Oh, nein. Oh, nee. Schwierig. Ich guck jetzt erstmal, ob ich mein Kram wieder bekomm. Ich will mal ganz kurz probieren, ob ich hier hochkomm. Ah, wieso bin ich da auch abgerutscht? Ärgerlich. Oh, ich hätte meinen Ausdauer mal pimpen sollen. Na gut, ob's langt. Boah, das ist ja jetzt ärgerlich. Schade. Ich hoffe, ich komme an mein Kram, dass der irgendwie da vorliegt. Ich befürchte aber dann nicht. Hallo, Wolf. Okay, wir gucken mal, ob wir da rankommen. Wenn er da vorsteht, ist gut. Wenn nicht, ich gehe da auf jeden Fall nicht nochmal runter. Und das scheint ja auch tödlich... Ah, Levelende. Okay. Oh, bitte nicht. Gib mir mal Kram wieder. 40 Meter in die Richtung. Da brennt's. Da vorne. Da am Rand. Ich glaube, da kommen wir hin. Au. Bitte, bitte, bitte nicht abrutschen. Eben bin ich da aber auch runtergerutscht. Bitte, 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 bitte. Warte mal kurz. Machen wir mal ganz kurz hier mal ein bisschen Fläche. Nee, das ist nicht gut. Ah, sammeln. Da stand's auch eben. Und schnell hier raus. Oh. Wow. Und... Schrein der Flamme? Okay, interessant. Schnell wieder nach Hause. Das war unser Ausflug ins tödliche Miasma. Hey, das war schön. Schnell weg hier. Okay. Ein bisschen Stein. Den Dietrich nehmen wir mit. Wir müssen uns mal neue Pfeile machen. Ja, war der Boden, war das, der uns getötet hat. Nicht das Miasma selber. Gibt's denn die Pfeile? Dietrich, Holzpfeile da. Mit Ästen. So, 200 Stück lang. Erstmal. Wo hatten wir denn diese Sporen da? Die aussehen wie Gurken. Ich erinnere mich immer voll an Gurken, die Dinger. Wenn die oben rein, kann sein, ne? Dann braten wir das hier oben auch mal durch. Müssen ja eh ins Bett. Ja, die hatte ich hier rein. Hähnchenschenkel. Haben wir noch sechs Stück. Die lasse ich mal da. Und das Ding braten wir uns noch. Vorm Schlafen gehen. Okay. Guten Morgen. So. Jetzt gucken wir mal auf die Karte, wo wir hier noch weiterkommen. Also da kommen wir anscheinend noch nicht hin. Da kommen wir anscheinend noch nicht hin. Zu der Krypta der Erbauer. Weil da hat uns ja jetzt eben gerissen. Oder wir müssen links vorbei, ne? Das war nicht in das Rote laufen. Könnte natürlich auch der Fall sein. Ähm. Was haben wir noch nicht entdeckt? Oh, dieses Gezuppel, wenn ich hier raussumme. Das ist nicht schön. Ein Wegpunkt. Da waren wir eben. Refugium der Flamme. Da ist noch was, oder? Schmiede eine Waffe. Da könnten wir da hin und dann hier runter. Ich würde halt gerne wissen, wo wir diesen Kopf herbekommen. Wir haben ja hier in einem Tagebuch nur fünf Quests. Also den können wir noch nicht holen. Da kommen wir anscheinend nicht hin. Oder wir haben den falschen Weg gewählt. Das kann natürlich auch sein. Der ewige Zauber interessiert mich erst mal gar nicht. Das Ding könnten wir noch machen. Das müssten wir eigentlich hinkriegen. Wo ist denn das eigentlich? Hm. Das ist unser zweites Zuhause. Ich will nicht rauszoomen. Ich habe keine Ahnung, wo wir... Da oben? Nee, das ist der ewige Zauber. 1100 Meter in diese Re... Aha, 75. Doch, das ist doch das. Auf der Karte zeigen, habe ich gerade gesehen. Moment mal, das habe ich gerade gesehen. Man konnte hier auf F. Eine Geschichte der Fäulnis. Dann probieren wir es mal, oder? Aha, wo wir die Jägerin geholt haben. Aber dann könnte ich auch hier hin. Und durch der Grabeingang. Das ist alles in die Richtung. Wie kommen wir denn da rüber? Hier über die Warte in die andere Richtung pflegen. Und dann da hin. Und dann da versuchen. Okay. Wir gucken aber erst mal hier. Wir gucken erst mal hier. Ist irgendwas mit Waffe schmieden? Quatsch, nicht als Wegpunkt. Wegpunkt löschen. Das als Wegpunkt setzen. Hier in Porten. So, 270 Meter in diese Richtung. So. Ah, da unten sehe ich was. Da ist sowas wie ein Tempel. Aber da. Standort unten. Da müssen wir hin. Oh, das scheint aber ein Lager zu sein, wo wir kämpfen müssen, wa? Ich gucke mir das kurz von oben an. So. Hallo. Na komm her. Na komm her. Darf ich dir die heulende Klinge vorstellen? Oh, der hat eine provisorische Sense dabei. Fünf, vier, drei. Wegpunkt erreicht. Oh, da steht ja einer. Da geht's anscheinend durch. Ähm, okay. Das langt nicht ganz. Wir machen den Weg. Oh, jetzt habe ich wieder gegessen. Ist ja auf der anderen Leiste. Oh, da ist auch noch was zum Entschärfen. Nur aus Sicherheitsgründen. Schmiede eine Waffe. Haben wir die Quest jetzt noch aktiv oder nicht? Ah ne, das war ja keine Quest. Das wurde ja gar nicht angezeigt. Wir gucken mal kurz hier rein. Ähm. Wieso knacke ich jetzt gerade eine Tür? Ah, wir kriegen Dietrich sogar direkt zurück. In guten wie in schlechten Zeiten. Jolanda ist immer noch schwach. Sie kann kaum ihren Körper aus dem Bett heben. Sie schläft nachts und hat Hitzewallung und Schüttelfrost. Ich dämpfe ihr schmerzvolles Stöhnen mit einem Kissen. Sie dürfen nicht wissen, dass wir hier sind. Sie sind immer da draußen, streifen umher, schreien in der Nacht. Wir sind umzingelt. Und ich will nicht, dass sie unser Ende ist, sind. Ich will Frieden. Ich werde immer an deiner Seite sein. Verspreche ich dir. Ich liebe dich, Jolanda. Alenor. Hat er sie erstickt oder was? Was sind das hier für Storys in dem Spiel? Finde ich nicht gut. Ich glaube, da hat seine Frau erstickt, weil er nicht wollte, dass die anderen sie finden. Ein Waldlangbogen mit 10. Ich glaube aber, unserer... 16. Er hat auch Feuermagie. Das ist, glaube ich, nicht meins. Oh je, da hat er seine Frau mit dem Kissen praktisch den Mund zugehalten und dann ist sie erstickt. Oha, wie ätzend. Äh. Was sind das für Geschichten hier in dem Spiel? Aber was sollten wir hier machen? Eine Waffe schmieden. Ist das noch markiert? Nee. Hm. Gut, wir können hier in der Schreinerflamme diese Funken holen. Die brauchen wir auf jeden Fall für die Erweiterung. Und wir brauchen noch... Da oben ist auch noch was. Ein Geräusch im Gemäuer. Ah, da könnte es weitergehen. Da müssen wir auch noch mal hin. Ich gucke mich jetzt erst mal hier im Dorf um. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es da oben weitergeht. Das war, wo die Salzmine war. Da war ja auch irgendwas mit Story. Die bin ich noch nicht so eingegangen. Da hat man ja auch so ein Knurren oder sowas gehört. Oh, geht's in den Keller. Na dann. Oh. Alter, hast du mich erschreckt. Okay. Hör doch mal auf, mich hier zu verjagen. Mann, Mann, Mann. Ist hier was dahinter? Sieht bald so aus, ne? Auf jeden Fall zwei Ratten und eine Kiste. Okay. Oh, noch ein Zauberstab. Okay. Irgendwas brennt doch hier ganz laut. Oh, hi. Moin. Moin. Ach, das war das Feuer von denen. Ist aber laut. Das Elixier. Eine Flut des Elends. Ich begreife die Formel nicht ganz. Und sie ist raffiniert, jenseits aller Vorstellungskraft. Es überrascht mich nicht, aber der Ursprung dieses Rezepts nicht von dieser Welt ist. Dass der Ursprung nicht von dieser Welt ist. Hergestellt aus dem Fleisch dieser winzigen, zarten Pilze, die tief unter der Erde wachsen. Es verleiht Macht. Doch nur ein kurzer Blick auf dieses Fläschchen erfüllt mein Herz mit Sorgen. Dies wird niemals ein Heilmittel sein. Das hier wird niemals ein Heilmittel sein. Es wird immer eine Waffe sein. Vielleicht wollten die Erbauer es aus einem bestimmten Grund verstecken. Balthasar. Ein mysteriöses Fläschchen. Und was bist du? Ah, das war der Schalzenproduktkator. Ja, der haben wir schon mal gefunden. Ich erinnere mich. Ups. Da war noch Metallschrott. Oh. Tja. Oh. Hallo. Hallo. Ja, mach dir so ein bisschen hin und her. Mach mal deine Show und nicht erschieß dich derweil. Da oben steht auch einer, oder? Ja. Da steht auch einer. Da steht auch einer. Habt ihr hier noch mehr Leute versteckelt? Oh. Oh. Da geht es auch noch in den Keller. Ratten. Oh. Reparieren ist gut. Ich glaube, die gab es auch in der Demo noch nicht, oder? Diese riesigen Ambosse. Am Bösen. Nee, ich glaube nicht. So, was haben die denn hier hinterlassen? Diese Haken. 14er Schaden. Kann man die zerlegen? Kann man. Ich hatte noch eine, oder? Ja. Dann stacken die nämlich. Ja, den kann ich auch zerlegen. Wollen wir auch nicht. Schutt. Löschen wir. Ja, den löschen wir. So sieht das doch ganz gut aus. Ach, da ist auch noch eine. Okay. Haben wir ein bisschen Platz geschaffen. Hier ist noch ein metallenes Ding. Nehmen wir auch mit. Nee. Steh wieder auf. Bitte. Ja, ich komme gleich zu Ihnen. Wo ist denn der? Da ist er. Ah, da muss noch einer sein. Da. Hänzchen, hüpfe einmal. Ich glaube, wir kriegen hier richtig gut Schrott raus. Oh. Hier ist ja richtig was los. Sollen wir vor, ich das hier ein Klumpschießer? Ah, nee. Gibt's gar nichts, oder? Ist hier irgendeine Kiste, die noch wichtig wäre? Nee. Okay. Kommen wir mal ein bisschen Spaß. Ah, der Loot scheint aber nicht zerstört zu werden, wenn man das kaputt schießt. Das ist gut. So. Wir sind schon fast wieder am Ende einer Folge. Ich würde jetzt mal ganz kurz hier aus dem Schrein der Flamme... Ah, da muss ich da hoch. Da komme ich nicht so leicht hin. Wollte ich den Funken holen. Den brauchen wir. Ich glaube, wir brauchen fünf Funken für den nächsten Aufstieg. Hatte mich da gerade jemand versucht zu beschießen? 187 Meter. Komm, gucken wir uns das noch an zum Ende der Folge. Weil hier in 150 Metern gibt's ja anscheinend noch so'n Ding. Was war denn das? Habt ihr das gerade gehört? Ach, das ist mir erst mal unten wahrscheinlich. Da oben, oder? Ja. Wow, da hab ich mich fast in den Berg reingeglitscht. Ja, da ist einer. Hallo. Ihr Heidschnucken. Ah, da sind wir. Cool, dann haben wir noch einen Funken. Fünf Stück brauchen wir für das Upgrade. Und wir brauchen diesen komischen Kopf. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir hier oben, wo die Salzminen waren, hier nochmal hin. Wo das Geräusch in der Mauer war. Das werden wir uns angucken. Das ist in der Nähe dieser Krypta. Und dann schauen wir mal, ob wir da noch was finden. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal in Entrouded. Macht's gut bis dahin. Tschüss.